Ein Stoppelfeld! Ist das gut oder ist das gut? Wir gehen dann erstmal am Schritt einmal rum, ne? Na ja, ne Damon, ich habe gerade gesagt, wir gehen erstmal Schritt. Damon hat das Memo nicht gekriegt. Obwohl, er ist ein bisschen ausgelegt. Ne, Damon nicht. Gar nicht. Der Boden sieht aber auch sehr gut aus. Nein, hör auf. Was war das? Er hat gepackt. Wieso machst du sowas? Das ist schon mal los, hat der Boden. Das dauert mir hier alles schon lange. Mach hier keine Fakten, ich habe fünf hier liegen und ich habe schon los. Ja, ich hatte eher das Gefühl, ob ihn irgendwas gestochen hat. Ne, das war auch. Das war ein reines, ich bock mal los. Ja toll, ganz klasse. Darf ich mich ja auf was freuen gleich. Sie waren auf der ersten halben Runde? Ja, ja. Kauf dir ein Scheier, haben sie gesagt. Hast du ein ruhiges Pferd, haben sie gesagt. Ganz ruhiges Pferd. Ganz ruhige Vertreter. Ja, ich glaube der muss auch. Ja, der muss auch. Dich hat eben was gestochen, ne? Gibs ruhig zu. Ja, die hat was gestochen. Mal eine Runde im Trab. Ah, siehste, das geht doch. Ich weiß, dass du mehr willst, aber das geht nicht. Das ist super dick. Hör auf mit dem Scheiß. Wieso ist der so? Ich sagte dir das. Nix von wegen Kaltblut. Wir machen gleich nochmal. Nur Traptiker. Ja. Ja, ja. Erstmal noch ja. Misch! Hör auf jetzt! Was soll der Scheiß? Mann! Ist der nochmal genug? Vor allem im Trab ist er eigentlich entspannt. So, wir versuchen es nochmal. Im Trab. Traben wir? Ja, wir traben. Entschuldige. Sorry. Jetzt ist alles in Ordnung. Oder es beißt ihn doch irgendwas. Ja. 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 Wir traben, Dicker. Traben oder schritten? Wir traben. Wir diskutieren das jetzt aus. Bist du heute im Arsch? Na ja. Ganz ruhiges, liebe Scheierhaus. Kaltblüter, sind total entspannt. Mann! Krieg dich doch mal ein! Krieg dich doch mal ein! Wenn ihr wollt, können wir es ja mal versuchen. Was? Wenn ihr wollt, können wir ja mal versuchen zu galoppieren. Ja. Na dann komm. Mach! 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 Ach, wo ist schon Puste raus? Spinner! Beim Erd macht er sich der steilende Buckel. Der Oster macht den Satz, hat den zu! Hat er auch gemacht? Ja. Hast du es noch gesehen, Doris? Er ist wirklich richtig hoch gegangen. Aber das Schöne ist, er ist ja super bereit dabei. Also nicht so wie Damon, so extrem. Er sieht egal obiert an, er will auch engagieren. Oh, warte, ich muss mal gucken. Das war wirklich die Runde. Fangen wir mit Schraben erst mal an. Gluck. Oh, du kommst. Ja, du bist super. Das ist super. Das war doch schön. Bei dir ist jetzt Akku alle oder wie? Akku leer gespielt. Ist das wieder so typisch? Hier ist auch Akku leer. Erst einer auf, ja, Alter, ich bin ein Hengst, ein Vollblut, ein Mustang. Und jetzt, ach nee, ich bin doch ein Kaltblut. Bestimmt, da war doch was. Wir gehen jetzt erst mal ein, zwei Schritte Schritt, ja? Du kriegst noch deinen Galopp, keine Sorge. Ja, komm. Nein, wir gehen nicht. Hier lang, komm. Ja, komm. Schon Akku alle oder was? Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Akku alle, wa? Ok. Ok Das hat doch doch Bock, ja? Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt fängt es an zu regnen und es donnert. Ab nach Hause. Und Elmin ist auch kaputt. Jetzt können wir auch zum Ende hin mit langen Zügeln über das Stoppelfeld gehen. Jetzt kaltblutmüde, ja? Schön. Ich weiß nicht, was gegen den Speckbauch getan hat. Tschüss Stoppelfeld. Bis übermorgen. Bis übermorgen. Bis übermorgen. Bis übermorgen. Bis übermorgen.